Mensch, da fängt der ganze Kappes. Wir sind Zahnpasta-Einhorn. Wir sind Zahnpasta-Einhorn? Ach so, stimmt. Die Kringel. Wir sind Zahnpasta-Einhorn, ja. Und Zahnpasta-Einhorn kann man natürlich nur in Vollgeist machen, denn mit dabei sind natürlich Ragun und Ralle. Hallo. 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 So, Moment, wo seid ihr denn? Zahnpasta-Einhorn. Sie kann es nicht mal ein. Aua. Sie sind gerade neben mir. Der Rad hat sich schon ein paar Mal hingelegt. Das ist jetzt relativ weit hinter. Oh, okay, drüber. Nein, der hat auch wieder ein coole Muster. Hab ich aber auch geholt, ein bisschen. Zumindest. Er hat einen schwarz-orange, statt sieht cool aus. Scheiße, ja. Oder ist das wieder ein Vulkan hier? Nein. Nein. Ich hab dich schon mal geschafft. Oh, das ist schlecht. Ich wäre erst so. Aua. Was, noch halbe Taube? Was? Was? Warst du noch eine halbe Taube? Nein, er ist keine Taube. Nein, ich bin ein halber Tukan. Ah, tuf. Ist auch kritisch, ne? Ja, merk die Taube selber, ne? Aber wie die eigentlich gegen gerutscht ist, ging er zu ein Tor. Ich hab so ein cooles Einhorn gesehen hier mit gelb und grün, aber das sieht aus, leider. Ach, da unten. Ja, ich hab noch vorhin gesehen. Also, ich bin ein Einhorn-Tukan mit Zahnpasta-Muster und meine Farben bedeuten Regentrag. Ah, so bist du. Ach, so bist du. Bleiben wir gleich stehen und gucken dir an. Ich hab die, ich hab die grad schon nicht gesehen. Lass uns doch einfach alle jetzt stehen bleiben und uns zuwinken. Okay. Okay, bei dem Spiel geht das überhaupt. Also, wir treffen uns alle auf dem von jetzt linksblau gesehen oder obenblau. Obenblau, okay. Dann, dann, dann bingen wir uns zu. Warte, vor mir steht ein Pirat rum. Wer ist denn ein Pirat? Ja, da geh ich hin, da. So. Und wer ist denn ein Pirat? Ich bink schon mal. Ich auch. Du bist ein Pirat. Geh, wir sind rüber. Ah, nö. Lange nicht. Jetzt. Aber Ragun hab ich nicht wegen gesehen. Nö, ich auch noch nicht. Ich hab den bis jetzt immer noch nicht gesehen. Hey, der entliebt sich doch direkt hier neben mir. Hä? Du siehst vielleicht die Pfeile nicht, ne? Ach, da drüben. Da ist ein gut fest. Lol, der Einhorn mit Taube und was ist denn, was? Was ist das alles? Was ist das, was ist das von Gehen von Su? Ich bin ein Einhorn- Ich bin ein Einhorn-Toukan. Ein Einhorn-Toukan. Einhorn-Toukan und was hast du gesagt? Ein Leberwurst. Ach so. Mit Zuttenpasta-Muster und äh. Mit Leberwurst-Geschmack. Meine Farben sind Regentag. Regentag. Ja, klar. Kann ich wieder gegen eine Wand springen hier? Kommt hier eine Wand? Kann ich gegen eine Wand springen? Das sind auch so gute Wörter. Das sind Sätze. Kann ich gegen eine Wand springen? Ist easy. Ja, da haben wir gewonnen. Du, 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 du. Oh. Fällt eine doch unter. Das ist geil. Immer irgendeiner auf jeden Fall mitsingt, ne? Dieses Zwischending. Ja, muss halt immer sein. Ich mach das ja auch voll oft. Deswegen ist es immer, mindestens einer muss es singen, weil es so im Ohr bleibt. Das ist auch Pflicht. Ja, irgendwie schon, oder? Ja. Oh, der sieht auch cool aus. Habe ich das Muster? Das sieht cool aus mit dem Toten gefangen. Gerne. Du siehst aus wie ein regnerischer Zahnpasta-Tag. Oder so ähnlich. Hast du das Huhnding? Ja. Finde ich Klocke. Ich renne, das ist cool. Warte. Wir müssen hier jetzt zuwinken. Warte, du bist rüber. Ich bin auf die Stange. Ja, ich bin hingefallen. Ja, ich bin auch hingefallen, aber Gott sei Dank nicht. Geh weg, du Buh. Nein, du scheiß Taube. Merkst du selber. Oh, der ist cool, der orange-schwarze. Aus oder was? Ich will die Pute. Ja, ich bin jetzt raus. Der hat mich festgehalten und das Ding hat mich rausgekriegt. Der ist auch der orange-schwarze, der ist ganz cool. Oh, der obere, drehst du schneller? Haua. Das geht aber so ganz schön schnell gerade. Ja. Wupp. Wupp. Wollte ich mich ein bisschen bewegen? Ich will mich die ganze Zeit, aber... Nein, 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 nein. Ich bin... Nein. Tschüss. Bist du noch qualifiziert am Fallen, oder? Nein, finde ich nicht. Okay, dann könnt ihr mir jetzt beim Verlieren zugucken. Sehr gut. Oh, jetzt gewinnt sie. Oh, ich bin noch drin. Hörl, ich war doch nicht im Wasser. Ich bin noch drin. Aha, also bist du im Fallen qualifiziert. Ja, aber mir stand es Ende, deswegen. Hä, es Ende? Bist du sicher, dass du jetzt... Oh. Ich bin noch drin, glaube ich. Mal gucken, ob ich mich bewegen kann. Also ich stand da noch. Teamspiel, ich dachte, wir wären jetzt schon beim Finale. Wir sind so wenige. Weiß ich nicht. Ne, ich bin noch drin. Ich dachte, es werden so wenige. Nein, hast du nicht. Ja, ich bin noch drin. Oder bin ich nicht. Doch, 1028. Ja, dann. Ding, 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 ding. So, ich kann schon mal um. Ja, hier auch. Ja, kommt nichts. Ich sehe halt nichts. Der Rote ist da unten. Ich bin halt freigesprungen. Und da unten rein, da unten der Rote. Ja, nein, was macht ihr denn da unten? Drei Farben springen an dem Dings vorbei. Oh. Das ist auch einer. Du, gelbe Taube. Ich hab mal mit hier unten. Jetzt kommt da oben natürlich der Rot. Der kommt natürlich der Dinger. Sprung daneben, sprung daneben, sprung daneben, sprung daneben. Zack, das sieht immer lustig aus. Bin ich beim Laufen mal im Boden küssen. Ja. Die sind ja gläubisch. Bin ich da jetzt durchgesprungen? Nein, ich hab mich verpasst, ey. Peinlich. Oh. Also die Ringe, die brauche ich gar nicht ausprobieren, weil da sehe ich jetzt. Nein, oben. Die ignoriere ich jetzt. Hallo. Hallo. Nein, 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 nein. Versuch es erst gar nicht, dann bringt der nichts. Ah. Scheiße. Ich verliere übrigens gerade. Ja, ich weiß. Danke. Hallo. Ja. Ich versuche mich hier anzustrengen. Hier kommt nichts. Ich warte. Geh doch mal. In die Mitte. Da ist ein Gold noch. Wie kann der denn Gelb gewesen sein? Ich war vor dem drin. Definitiv. Oh gut, hat er. Scheiße. Nein. Meiner. Meiner. Hey, da ist noch einer. Hau ab. Hau ab. Geh doch weg. Ich muss doch um. Oh, wir haben schon einen gehabt. Ich hoffe, ich habe noch etwas anderes. Nein, halt mir doch nicht fest, du Idiot. Nein. Oh Mann. Wir verlieren halt echt. Nein, nein. Gemeint. Aber hochhaus gerade. Ja. Was? Nein, hier ist kein Hochhaus. Oh. Meiner. Kommt. Nein, ich habe es nicht geschafft. Easy gewonnen haben wir. Oh, scheiße. Ach, Mann. Aber es war knapp jetzt am Ende noch. Mhm. Zehn Punkte haben wir nur gefehlt. Echt? Doch so viel? Verdammt. Verdammt. Ey, ey, ey. 47. Ja, deswegen. Weiter. Ja, ich spiele auf jeden Fall schon ein paar. Ja. Zwei Millionen Verkauf noch. Steam irgendwie. Ja genau, Platz 1, Platz 2 mit Verkäufen oder so. Ja, auf Twitch ist es ja jetzt auch Platz 1 manchmal. Ach, ehrlich? Ja, ja. Da hat wirklich dann alles überholt. Ja. Und das, obwohl die noch keine Community Games haben, so für Twitch oder Twitch Integrations. Boah, das wäre ja gut. Ja. Das wäre, glaube ich, auch gut. Oh, Moment. Anti-Alasing, hier. Ist offen. Doch, mal oben. Aber anfangen kannst du eh durch alles. Achso, jetzt musst du wieder... Hier ist wieder Anti-Alasing. Oh, damn it. Die nächste auch. Ach, als ob. Ich bin letzte übrigens, gerade. Nee, nee, nee. Ich fliege gleich wieder hoch und an allen frei. Das kommt nicht. Äh. Doch, der rechte. Nee, jetzt sieht es schlecht aus. Ich fände mir... Oh, das sieht ganz schlecht aus. Der Ninja muss nach vorne. Aua. Aua. Nein, nein, nein. Stürzen sie alle auf mich. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, aber da ist doch noch irgendein... Hinter mir. Wie auch immer. Bin ich da. Ich weiß. Du spielst auch? Jo. Ganz gut. Oh, bin raus. Geht nicht. Das ist die erste Runde. Nee. Nee, ich... Ach, ich wollte... Ähm... Ähm... Ich will nicht wissen, welche Schüssel. Aber okay. Gut. Wenn die Zahnpasta-Fee in einer Schüssel hängt... Dann sollte man nicht zu lange sitzen bleiben. Wenn die Zahnpasta-Fee in der Schüssel... Na, liebe Kinder, kennt ihr das aus? Oh, mein... Michael Frohler rastet aus. Was läuft aus? Michael Frohler. Michael Frohler geht aus. Aua. Aua. Ich bin Ninja. Ich werde gebaust. Zahnpasta-Fee in der Schüssel. Boah, das wäre ja cool, wenn es nur eine Klotschüssel geben würde. Der Tugan. Nee, wie viel besser? Komm her in hier. Ja, klar. Oh, ich habe eine Beileicht beruht. Und ich verloben. So. Ah, das geht doch alle kacken, ey. Ja, putzt euch mal die Zähne. Ich sehe da vorne die Zahnpasta-Fee in der Schüssel. Ich weiß nicht, ob ich dir erzähle, Zahnpasta überhaupt vertrauen würde, wenn die schon grau ist. Wenn die Zahnpasta-Fee in der Schüssel hängt. Nee. Nee. Du musst die Zahnpasta ja auch nicht nehmen. Die hat ja keine Zahnpasta dabei. Höchstwahrscheinlich. Oh, da war das Schicken im Brötchen. Was war da bei? Schicken im Brötchen. Schicken im Brötchen? Ja, stimmt. Stimmt. Schicken im Brötchen. Schicken im Brötchen. Kennt eigentlich irgendwer von euch True Blood? Die Serie? Äh, gehört ja. Boah, da dachten wir auch was, ja. Die gucke ich nämlich gerade zum zweiten Mal und da gibt es eine Fee. Und da muss ich die ganze Zeit dran denken. Und das ist eigentlich quasi ein Mensch. Und immer muss ich jetzt an die Zahnpasta-Fee denken. Die Zahnpasta-Fee in der Schüssel, nicht zu vergessen. Ja. Ich bin aber ein Einhorn. Was? Hast du dich umgezogen in der Zeit? Willst du mich verarschen? Glaubst du was an die Zahnpasta-Fee in der Schüssel? Die Flügel sind die Fee und das Horn ist ein Einhorn, ne? Genau. Ich brüche an. Vielleicht seid beide noch drin, richtig? Ja, ich bin Melone. Ich bin Traube. Melone? Warte, ich winke. Traube. Offel, Mango, Banane. Traube. Traube. Es wird natürlich die Traube. Peter, Traube. Da, hier. Die Zahnpasta-Fee in der Schüssel. Oh, Banane da. So, Alter, diese ganze Reihe Traube nur. Äh, was war da? Kirsche, Melone? Banane, Kirsche, Melone. Kirsche, Melone, unterhältnis die Traube. Kirsche, Melone, Traube. Alles klar. Gehen wir hin. Kirsche, Melone. Hier drüben. Bei dem Kaktus. Ja. Ja, ist richtig. Exit Gaming vom Feinsten jetzt hier bei mir. Vom Feinsten. Was für ein Banane, Alter? So, da haben wir die Orange. Und da hinten haben wir noch eine Kirsche. Orange, Kirsche und Traube. Orange, Kirsche, Traube und das Appel. Orange, Kirsche, Traube und Appel. Melone gibt es übrigens auch. Orange, dann bin ich am Arsch. Wo ist die Melone? Geht so, Ragoon, Ragoon. Nee, nee, links, ja, ja, oder so. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, weil Ragoon, verdammt. Ich sehe Ragoon noch nicht mal. Nee, das war, das sah so aus. Aber das war ein Kaktus. Ich hab den Pfeil nicht gesehen. Das sah aus dem Pfeil. Ja, und im Spectator siehst du den Pfeil ja gar nicht. Warum bist du? Nee. Ich wusste, wo es ist, aber ich konnte es dir nicht mitteilen. Ich hab alles gemerkt und da kommt einfach was nicht, was ich nicht weiß. Weißt du was? Ich mach einfach nur noch Kommentator. Das ist voll chillig, einfach dazu zu gucken. Ja, cool, ne? Ich kommentiere jetzt eure Matches. Oh nein. Okay. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, hier bei dem Sprunggedöns. Nur weil du gerade einmal da verloren hast? Ja, aber das ist immer wirklich... Das ist auch so geil. Das Finalspiel ist viel schwieriger und das gewinnst du die ganze Zeit. Und da bei dem easy peasy flicksal raus. Ja, weil das dann zu easy ist. Ja, ne? Too easy. Weil ich immer gucke, wo gerade das Lila in der Mockbett hier oben ist. Da muss ich doch schon mal dran vorbei bin, dann der Pinke hier. So. Dann kann ich mal kurz auf der Grüne warten. Dann hüppeln wir auf der Grüne drüber. Oh, ich bin auch einer um den Kopf gesprungen. Äh, Ragun, das raus? Ja, das raus, ne? Ich seh den auch nicht mehr. Ich finde den nämlich nicht. Wenn du kackweißes Vieh mich jetzt noch einmal festhältst, dann gibt's aber hier Gruppenkeile. Sag mal. Als ob die Zahnpasta-Fee raus ist. Ich hab die Zahnpasta-Fee ja gerade schon bei dem Hubs nicht mehr gesehen. Achso, du warst falsch. Ja, ich war ja kurz auf K. Ja, ich hab... Der hat doch nichts gesagt. Bei dem Memory-Ding war ich raus. Achso. Wusste ich aber auch nicht. Du musst jetzt dem Grünen hinterherlaufen. Nee, ich guck immer, dass ich an dem Pinken gerade vorbei bin. Das geht schon. Der Pinke darf nicht gerade über mir sein. Das geht schon, genau. Genau. Sag doch, dass du raus bist. Bist du bei dem Hubs rausgefallen? Ja. Achso. Ich meine Hubs oder Memory? Memory. Ja, Memory-Hubs. Nee, nee, nee. Memory. Sag die, die beim ersten Spiel rausgefallen. Ich hab übrigens mein Muster erkannt, ne? Du hast ein Muster erkannt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Schaffst du jetzt, ja? Oh, hoffen. Das ist Torhunger und das mit den Zehenspitzen. Das sind beides so, wo man Wege entdecken muss. Nämlich bei beiden Spielen ist es ungeduldig. Und ich hab erkannt, das liegt daran, dass ich hier immer auf Problemlösefähigkeiten gehe. Weißt du, beruflich? Oh, schnitt Katze. Was? Wie hast du das denn jetzt rausgefunden? Ich hab immer, immer alle, die ganzen, will immer die Konflikte. Nein. Ich warte mal ab, bis die anderen das selber gemacht haben. Ich wollte dich eigentlich nur ablenken, damit du nicht so tryhard bist. Eta! Der Kaktus da vorne! Ich muss rüber, das kommt mit einer Kugel. Gut. So, kurz gucken. Hab ich so, hab ich bekommen, ne? Nicht, dass ich am Ende von der anderen schon mal stehe, weil da noch drin gesprungen ist. Ah, du. So. Haben wir doch noch hinbekommen. Und deswegen, nächstes Mal gerne wieder einschalten und danke fürs Liken und fürs Einschalten und generell, hey, wie ist es schon, was ich meine? So, bis zum nächsten Mal zur Folge. Heißt, tschüss. Tschüss. Ich kann mich hier nicht drehen im Endbild. Mhm.